Gnade, die Kraft zur Veränderung Ein Hörbuch von Dr. James B. Richards Zweites Kapitel Gnade Gottesfähigkeit Wir sind es gewöhnt, Gnade als Gottes unverdiente Gunst zu definieren. Wenngleich dies der Wahrheit entspricht, sagt es uns trotzdem nicht, worin Gnade wirklich besteht. Es sagt nur aus, dass sie kostenlos ist. Eine der einfachsten Definitionen von Gnade ist Fähigkeit. Gnade ist Gottes Fähigkeit, die im Menschen wirkt und ihn befähigt, das zu tun, was er aus seiner eigenen Fähigkeit heraus nicht tun kann. Der Mensch selbst hatte nie die Möglichkeit, seine Natur zu ändern. Jeremia fragt, kann ein Schwarzer seine Haut ändern, ein Leopard seine Flecken? Dann könntet auch ihr Gutes tun, die ihr an Böses tun gewöhnt seid. Jeremia 13, 23 Alle Menschen wurden mit einer Sündenatur geboren und keine noch so große Anzahl guter Taten könnte jemals die Natur des Menschen ändern. Menschen, die sich dem Gesetz unterstellen, arbeiten schwer bei dem Versuch, sich zu ändern. Aber die Bibel sagt, dass Gerechtigkeit niemals durch das Gesetz von irgendjemanden erreicht wurde. Das Gesetz ändert die Menschen nicht. Es gibt ihnen bloß ein Richtmaß für ihr Verhalten. Die Schwäche des Gesetzes ist das Fleisch. Römer 8, 3 Wenn das Neue Testament von Fleisch spricht, verstehen wir diesen Begriff meist falsch. Wir denken mein Fleisch bloß an das körperliche Verlangen. Während es sich manchmal wirklich darauf bezieht, wird es besonders in den Briefen von Paulus selten in diesem Sinne verwendet. Das Fleisch bezieht sich auf die Fähigkeit des Menschen, im Fleisch zu sein, bedeutet, mit eigener Kraft und Anstrengung zu versuchen, uns zu ändern, etwas zu vollbringen oder zu werden, was wir sein sollten. Deswegen funktioniert das Gesetz nicht. Die Erfüllung desselben hängt von der Fähigkeit vom Fleisch des Menschen ab. Da der Mensch niemals das Gesetz aus eigener Fähigkeit erfüllen, ihm gehorchen kann, würde das Gesetz nicht vielmehr als eine Quelle für das Bewusstwerden von Sünde sein. Das Gesetz erfordert Perfektion, doch stellt es keine Mittel zur Verfügung, durch die unsere Natur geändert werden könnte. Das Gesetz gab uns nicht die Fähigkeit hierzu. Jesus ist gekommen, um uns ein neues Leben zu geben. Dieses neue Leben ist mehr als eine Fahrkarte in den Himmel. Es ist eine neue Natur, die augenblicklich in unserem Geist geboren wird. Gemäß Hebräer 7, 19, 10, 14 und 12, 23 wird bei der Neugeburt der innere Mensch perfekt gemacht. Das wäre genug, wenn wir nicht in einem Körper leben und eine Seele haben würden. Gott beabsichtigt nicht, dich innerlich zu ändern, äußerlich aber unverändert zu lassen. Er erwartet auch nicht, dass du dich durch eigene Kraft veränderst. In Jesus hat er einen Weg geschaffen, sodass jeder Mensch verwandelt werden kann. Das, was im Inneren vollkommen ist, kann das Äußere verändern. Johannes sagt, Am Anfang war das Wort, und das Wort war mit Gott, und das Wort war Gott. Und das Wort ist Fleisch geworden und hat unser uns gelebt. Und wir haben seine Herrlichkeit gesehen, die Herrlichkeit des einzigen Sohnes vom Vater. Voll Gnade und Wahrheit. Johannes 1, 14 Jesus war durchdrungen und in jedem Bereich erfüllt und überfließend von Gnade, Gottes Fähigkeit und Wahrheit. Jesus konnte nur dadurch als Mensch in Gottes Wahrheit wandeln, indem er Gottes Fähigkeit Gnade empfing. Alles, was Jesus getan hat, tat er als Mensch voller Gnade. Er gab uns ein vollkommenes Beispiel, wie ein Mensch über Sünde erhaben leben kann. Er konnte es durch Gottes Gnade, Fähigkeit, die in ihm wirkte. Du sagst, toll, das war Jesus, aber ich? Wie kann das mir helfen? Johannes fährt fort. Aus seiner Fülle haben wir alle empfangen, Gnade über Gnade. Johannes 1, 16 Wir sind fähig, von dieser Gnadenfülle, Fähigkeit, den Jesus wirkte, zu empfangen. Diese Gnade ist es, die das Leben im neuen Bund möglich macht. Abgesondert von der Gnade, Gottes Fähigkeit, würden wir noch immer aus unserer eigenen Kraft heraus kämpfen. Wir würden in keiner besseren Verfassung sein, als die Gläubigen des alten Bundes. Der Mensch hatte Wahrheit, bevor Jesus kam, der das Gesetz bereits durch Mose, Johannes 1, 17, gegeben worden war. Das Gesetz war Wahrheit. Der Mensch versuchte gemäß dieser Wahrheit zu leben. Es gelang ihm aber nicht. Der Mensch scheiterte wegen des Fleisches, seiner Fähigkeit. Das Fleisch hat nicht die Kraft, Gott zu gehorchen. Das Fleisch will nur seine eigenen Wünsche erfüllen. Aber durch Jesus kam Gnade und Wahrheit. Jesus brachte nicht nur Wahrheit allein. Wahrheit wäre nur ein weiteres Gesetz gewesen, das der Mensch nicht hätte befolgen können. Als Jesus kam, brachte er uns Wahrheit. Aber er brachte uns auch die Fähigkeit, diese Wahrheit zu leben. Das ist es, was die zwei Bünde unterscheidet. Der erste hing vom Menschen ab. Der zweite hängt von Gott ab. Der erste brachte dem Menschen Ruhm für seine Leistung, die er für Gott erbrachte. Der zweite bringt Gott Ruhm für das, was er im Menschen vollbringt. Viele, die verzweifelt versuchen sich zu ändern, ließen fleißig das Wort Gottes. Aber je mehr sie lesen, desto frustrierter sind sie, weil sie immer wieder Bereiche entdecken, in denen sie versagen. Das Wort Gottes zu kennen ist nicht genug. Wir müssen wissen, wie wir uns die Gnade zu eigen machen können. Die wir brauchen, um das Wort zu leben. Wir nahmen die Lehren Jesu und machten sie zu einer Sammlung von Gesetzen, denen wir gehorchen sollten. Seine Lehren verlangen jedoch weit mehr als das Gesetz. Jesus ging über den Bereich von Handlungen weit hinaus. Er konzentrierte sich auf Motiv und Absicht. Er sagte nicht bloß, dass wir das Richtige tun sollen. Er sagte, dass wir es mit ganzem Herzen tun müssen. Als Jesus den Leuten das Gesetz lehrte, hatte er es zu einem nicht zu erreichenden Standard erhoben. Dieser Standard bezog sich auf das Herz. Jesus zeigte so der religiösen Welt, dass Gott nicht nur Rechte taten will. Er will ein aufrichtiges Herz. Auch stellte er fest, dass das Motiv des Herzens immer Liebe sein muss. Kein anderes Motiv würde akzeptiert werden. Jesus war eigentlich kein Lehrer des neuen Bundes. Er war ein Lehrer des Gesetzes. Er lehrte von einem neuen Bund, der kommt, einem Bund, der besser als der erste ist. Dieser Bund bringt Ruhe für eine gequälte Seele und nicht noch mehr Qual. Dieser Bund ist ein Bund, den Gott errichtet und zu dem er auch die Fähigkeit schenkt, ihn zu halten. Dies ist es, was diesen Bund zu einer solch guten Nachricht macht. Gott tut die Arbeit. Wir glauben und empfangen. Wenn Jesus davon sprach, wie schwer es ist, in Gottes Königreich einzutreten, wollte er damit nicht sagen, wie schwierig es sei, errettet zu werden und in den Himmel zu kommen. Der Ruf der Erlösung ergeht an jeden, der glaubt. Wenn du erschöpft und schwer beladen bist, sagt der Erlösungsruf, dass du kommen sollst und Jesus dir Ruhe geben wird. Es hört sich wie ein Widerspruch an, wenn er davon spricht, wie schwer es sei, in das Königreich des Himmels einzugehen. Das Königreich des Himmels und das Königreich Gottes sind dasselbe. Ein rascher Blick in die Evangelien zeigt, dass die Terminologie nur den Empfängern entsprechend geändert wurde. Das Königreich war gegründet worden, als Jesus von den Toten auferstand und den neuen Bund mit dem Blut besiegelte. Die Schwierigkeit, in das Königreich Gottes zu kommen, betrifft jene, die Gnade und Gerechtigkeit nicht als ein freies Geschenk Gottes akzeptieren. Diejenigen, die die Lehre Jesu zu einem neuen Gesetz machen, werden mehr zu kämpfen haben, als diejenigen, die unter dem Gesetz im alten Bund lebten. Eine der größten Enttäuschungen für Gläubige des vollen Evangeliums besteht darin, um all die Lehren und Verheißungen Jesu zu wissen, sie aber nicht zur Wirkung bringen zu können. Wissen bringt nur dann Erfüllung, wenn es uns gelingt, es in die Praxis umzusetzen. Wissen, das nicht praktisch angewendet werden kann, wird schlussendlich eine Ablehnung der Wahrheit bewirken. Folglich ist es wichtig, die Gnade zu bekommen, um das, was wir wissen, auch ausleben zu können. Das Wort wird nur durch Gottes Gnade in uns wirksam. Das Joch Jesu wird leicht, wenn ich ihm erlaube, die Arbeit zu tun und ich nur neben ihm hergehe. Wenn er die Arbeit macht, komme ich in eine enge, liebende und dankbare Abhängigkeit von ihm. Diese Abhängigkeit ist die Basis für eine Beziehung, die niemals altert oder gesetzlich wird. Weil ich abhängig von ihm bin, wird er zur Quelle meines Lobes. Er wird zur Quelle meines Lebens. Meine Gedanken, Handlungen und Einstellungen drehen sich nur um ihn. Jesus selbst wird zum Brennpunkt dieses Lebens und der Ewigkeit. Vor den Menschen bezeuge ich seine Gnade, seine Liebe und seine Barmherzigkeit. Vor Gott wird er zur Quelle meiner Zuversicht, meines Friedens, meiner Freude und meines Lobes. Getrennt von der Gnade Jesu können wir niemals in die alles in Anspruch nehmende persönliche Beziehung kommen, die die Bibel fordert. Jedoch in der Fülle seiner Gnade wird er mein Alles in allem. Deswegen möchte ich die Fähigkeit Gottes in Empfang nehmen. Ich will ihr erlauben, in mir zu arbeiten. Ich werde kein Vertrauen in mich setzen. Ich werde gänzlich von Jesus abhängen und mich in ihm rühmen. Ich werde mich dieser Hoffnung, die ich in ihm habe, nicht schämen. Er begann dieses Wort und er wird es zur Vollendung bringen. Desen, derestruct w aggregieren, die die Vater und den Menschen abhängen. Untertitelung des ZDF, 2020